Der ehemalige Postchef zum Winkel hat sich seine Pensionsansprüche auf einen Schlag auszahlen lassen. 20 Millionen Euro. Er hatte eine Lebenserwartung von 250 angegeben, so berechnet sich das. Er sagt, das sei bei der Post ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Dann glaube ich, dass deswegen die Hunde die Briefträge so ankläffen. Die sind neidisch. Morgen geht's weiter.